Willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir im Thorsten, ja Clanspiele, das Beste was es überhaupt gibt und ich bin diesmal richtig 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 früh fertig geworden, ich würde fast sagen, das ist kein Bildrekord, aber es ist mein Rekord, ich glaube nach einer Stunde 26 habe ich euch dieses Bild heute in Discord gepostet und ich bin auch auf gleich mehreren Devices, mache ich auch mal die Clanspiele heute, schön auf dem Sonntag, also hier habe ich noch so ein Ding, dahinter steht auch noch so ein Ding und liegt, also auf allen Fronten wird hier auf jeden Fall gekämpft, ich hoffe ihr habt sie auch schon fertig, ich meine wir haben jetzt schon 13.48 Uhr, die Clanspiele laufen ja schon viel zu lange, als dass sie nicht jetzt schon jeder fertig hat, aber hier kann mir immer noch keiner das Wasser reichen, okay, ich bin aber auch heute Morgen extrem früh aufgewiesen und habe gedacht, so, oh gleich 5 Minuten fangen die Clanspiele an, da haust du mal richtig rein, obwohl ich ja überhaupt kein Clanspieler bin, aber egal, gehen wir mal auf andere Accounts drauf, die uns so ein bisschen interessieren, die natürlich auch Clanspiele interessiert und zwar natürlich den Avatar hier, denn der ist auf Rathaus Level 15 Niveau und wir sind jetzt schon so weit, dass wir auf jeden Fall günstiger das ganze jammen können, als eine Baurune es ist und dann hätten wir ja noch ein paar Tage Zeit, ein paar Tage Zeit im Event, nämlich noch 11 Tage 20 und wir hätten auch noch ein bisschen was im Pass, was schon ziemlich krank ist, muss ich sagen, weil ich kriege die, ich kriege die Banken hier gar nicht richtig voll, weil ich gar nicht genug mehr ausgeben kann, das ist natürlich ein bisschen suboptimal, ähm, das Ding hier können wir auch nochmal befüllen, in einem Clankrieg, ein bisschen habe ich verpasst, ich hätte es vielleicht eher machen sollen, aber jetzt ist es auf jeden Fall günstiger als eine Rhone, wie ihr das machen würdet, schreibt mir ruhig mal unten in die Kommentare rein, Startradhaus 15, ich meine, ich kenne jetzt so in etwa die Reihenfolge, was man als erstes raushaut, was man als erstes baut und ausbaut, aber, ähm, dem Ganzen natürlich, okay, hier habe ich noch 0 Punkte, natürlich kann ich euch sagen, okay, die 50 Opticals hier, wir fangen mal ein bisschen klein an, ja, wir fangen mal ein bisschen klein an, die 50 Opticals hier oder 25, die habe ich gar nicht, weil ich sie heute schon weggeräumt habe, ne, ach ja, 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 schlechtestes Kleinspiel ever, aber doch, ich, 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 ich habe sie doch, lass mal eben machen, ähm, natürlich kann ich euch sagen, habe ich das meiste im, was heißt das meiste, mit Thorsten, alles im Nachtdorf gemacht, gut, du, komplett hier alles, ah, da sind wir schon komplett, okay, also wirklich alles gemacht, in, im Nachtdorf, nicht ein einziges Spiel im Tagdorf, es kamen auch immer die gleichen Aufgaben, ne, mache 100 Gebäude mit Hexen, danach mache 100 Gebäude einfach mal mit Hexen und auch hier seht ihr ja, ist das Ganze so ein bisschen Richtung Nachtdorf, also, ähm, mit dem, mit dem Gigatesler oder mit dem Megatesler hier, mit den Barbaren hier, alles Bilderbase, aber ein bisschen haben wir natürlich auch Tagesbase, aber das ist auch Bilderbase, hier, 30 Gebäude, äh, 3 Sterne im Bilderbase, also du kannst hier hinklicken, wo du willst, Bilderbase ist in aller Munde, oder aber ein paar Zauberspenden, 3 Stück, im Moment fordert hier niemand an, aber ich würde ganz gerne trotzdem, trotzdem mal so ein Spiegeljckiz mitnehmen, wenn man den mal mitnehmen, Ähm, 5 Multiplayer, 1500, weg, 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 das machen wir, jetzt schon 1500er dabei, das ist ja krank, das ist ja echt krank, Sonderwetter, jetzt schon 1500er dabei, dann nehmen wir hier gar nicht die, die Ballons mit rein, sondern wir nehmen hier so ein paar super minions mit drin ruhig viele würde ich sagen ich würde nachher auch mal eine andere truppe probieren also später im live stream werde ich auf jeden fall mal eine ganz ganz andere truppe probieren ich denke mal die golems sind so ein bisschen an der reihe die würde ich ganz gerne mit euch spielen ich nehme das ding jetzt mal hinter mir weg hier das nämlich eigentlich mal kameraständer in die live stream aus der location hier dann habe ich jetzt nur noch die den grünen punkt was das was die kamera angeht aber okay konfirmen wir und dann gehen wir mal hin wir brauchen ja nur fünf mal mit den dinger gewinnen und ich frage mich jetzt gerade warum habe ich hier eine lupe warum hier mal hier eine lupe okay wir brauchen gold wir mal sehen vielleicht vielleicht gemme ich den heute abend das war start 15 haben weiß ich noch nicht dann hocke ich hier natürlich 100 stunden rum und will den 15er hier pimpen und wir müssen ein paar sterne machen wie viele sterne müssen eigentlich machen ich weiß es gar nicht mehr sterne machen oder oder nicht sterne machen na egal wir machen das mal hier auch wenn es ein wenn es kleiner ist hier wenn es ein 3 10er ist 233 hier vorne könnte man sich recht holen schauen wir mal wie wir das machen könnten hier nehmen wir mal so ein mit ihr sehr schön 33er king kein thema luftabwehr wäre ganz schön wenn sich die jemand annimmt das macht jetzt auch die queen schick da kann man hier reingehen 1 2 3 4 auch gottchen der sketti alles klar wo ist letzte luftabwehr hinten da können wir den margerton auch mitnehmen haben wir nicht mehr bekommen dass man alles nicht so schlimm blimp hier mit drin und das machen wir mal da die müssten eigentlich das rathaus ganz nicht erreichen oder ja das war jetzt ein kleiner oberkill aber ich weiß es auch gar nicht muss ich jetzt nur ein stern machen oder oder muss ich jetzt mehrere sternchen machen da hatten wir gerade noch den world champion lebt er noch erlebt doch jetzt mit etwas weniger schaden und mit gift drauf okay wir haben noch ein zauber über ja er war ein kleiner oberkill mit mit der truppe wir bilden jetzt auch mal die anderen die anderen aus aber ich habe ich habe die wohl ist noch gar nicht mit ihm hier glaube ich ich glaube ich habe die gold ist noch gar nicht aber es gibt jetzt mehr elixier aber dennoch klatspiel 1 1 erst geschafft okay aber ich habe die andere doch habe ich doch schon okay habe ich doch schon dann nehme ich mal hier ein paar mit sechs stück würde ich sagen 1 2 3 mauerbrecher ein so ein ein so ein gute frage was man da noch so in den messen habe ich nicht aber wir nehmen vielleicht mal zwei noch von davon mit ich habe keine ahnung heute wie man damit angreift aber ist eigentlich auch egal ein bogen schützen an zaubern dem wir acht stück hier von mir macht 12 davon und einen frost und in der klanburg nehmen wir mal ein gift glaube ich mit gift und noch ein frost gift und noch ein frost so passt das aber leider ist ein spiel okay naja aber trotzdem 1500 punkte leute das natürlich echt mal sehr gut und die würde ich mir ganz gerne gönnen wie weit sind wir hier überhaupt in dem klan oder sind wir auch auf einem guten wege 6400 für den ersten tag das ist schon nicht schlecht ich weiß nicht was ihr so tagsüber schafft aber letztendlich mit den 4000 rewards die die ja nur raus wir brauchen nur 50.000 das wären dann wenn zehn leute mitspielen 1000 pro tag hast schon 40.000 und macht dann noch ein 11 damit hast du 44 macht 12 damit hast du 48 also so wie viel ist es jetzt nicht die 50.000 zu erreichen es kommen ja auch mal wieder leute rein hier um wollen das haben aber ich bin auch ganz gerne auch mit avatar hier in die 4000 rein ich habe heute auch gelesen ich meine ich war heute nach einer stunde 25 die eine stunde 26 fertig aber es hat der eine geschrieben er war schon nach 30 minuten oder so fertig oder nach einer stunde oder sowas auch durchaus denkbar er dann auch aber auch geschrieben hat extra 1000 pokale getroppt und wirklich nur die gebäude gemacht die in den spiel gefordert sind und war dadurch dann halt so war dadurch dann halt so schnell das bin ich jetzt nicht aber hier haben wir noch ein paar medals europäischen können wir in der nächsten saison super super einsetzen und ich weiß nicht ob ihr es gesehen habt ihr hinten bei torsten dann nur ich auch nur falls ihr den fortschritt noch nicht so weit habt wie ich habe ich gesagt ihr werdet auf jeden fall die hexe hier schaffen die hexe würde ich gerade sagen ihr werdet auf jeden fall den den queen skin schaffen denn ich habe ihn auch geschafft gestern also hier ist denn ihr habt ja jetzt mal zwei pötter am ende des events habt ihr sogar alle vier lager die ihr dann angreifen und abgreifen könnt dann habt ihr das noch noch ein bisschen schneller wie das kuppelt aber ganz schön durch hier muss ich mal so sagen seht ihr das so ein bisschen durch am erster war der erste weiß ein bisschen bisschen an der plöscher gerade aber habe ich das gefühl oder wir müssen mal noch so ein bisschen was anderes auf machen was hier was hier stört ganz schön unter ganz schön obwohl die cpu das gar nicht hoch ist und ob man erst aber ist das eigentlich relativ entspannt gerade wir haben gestern auch schon so viel gesettet hier ich weiß aber das sehe ich jetzt gerade oder oder das oder das oder das modell ist wirklich so heftig das ruckelt ein bisschen leute also hier in meinem in meinem ipad ruckelt das nicht so aber da ist das so ein ganz kleines bisschen am zuckeln echt so heftig wie wir nennen die aus die sind nicht so schlimm habt ihr es auch an eltern geredet dass gerade der skin hier euch so probleme bereitet aber jetzt nur in der übertragung zum ersten aber jetzt geht es eigentlich so ein bisschen allerdings ist das auch live immer noch ein kleines bisschen smoother aber wenn ihr hier im pass den pass durchspielt dann habt ihr hier hinten noch diese bonus tracks das sind keine richtigen tracks mehr sondern ihr habt nur noch punkte abzubauen also ihr holt euch einfach nur noch das saure dafür kriegt ihr dann medals und das fängt dann irgendwie bei 6000 oder 9000 an dann könnt ihr das runterspielen und mit den bonus dingern könnt ihr euch dann in jedem fall den queen skin ok wir waren aber beim avatar da gehen wir wieder auf und machen eine attacke würde ich sagen und ich mache dann heute abend mit der anderen gruppe weiter das werde ich vermutlich auch mal beim torsten machen ich nehme aber trotzdem noch die in den nächsten drei angriffe die die dinger mit rein da mit einem slammer oder sowas nach dem slammer oder so was macht das wieder so ein ok das ja ich meine das ist ein sicherer stern aber wir brauchen ja nur ein stern und nicht irgendwie mehrere sterne an der stelle weil eben so ein bisschen für live feeding sorgen da gibt es auch im befehl ausrufezeichen trinken muss der tote trinken weil der wasservorrat hier in den vielen vielen stunden die wir so machen aber das ding auch das rufe ich jetzt wirklich sagen echt was zu sagen haben wir irgendwann mal machen vielleicht doch mal irgendwann gehe gleich noch mal ein bisschen die eigenschaften rein aber hier kann man jetzt wirklich nicht so viel machen aus zeiger vollbild kann man echt nicht viel machen wir kriegen ja schon gepimpt ok den kann man mitnehmen auch wenn es ein etwas schwieriger für uns ist weil sehen ob wir da überhaupt was reißen aber das sieht noch ganz gut aus das platform klingt schon da und jetzt haben wir da haben wir hier doch ein bisschen was mit gift ok 12 12 viele noch viele noch mehr und noch mehr die gehen jetzt natürlich richtung der letzten luftabwehr hier hinten das ist nicht so prall was ich mal so sagen und hier haben wir vergessen da auch der wut war der wut war durch der wut war durch sich aber machen aber mal so richtig der wut war so richtig durch sich naja aber auch hier hinten dürfen war das das lager muss man jeden fall mitnehmen denn das kleine lager die beiden großen lager haben wir bekommen naja und wir haben auch den einstellen bekommen das ist ja nicht so dass wir jetzt gar nichts geschafft hätten es war jetzt nicht viele leute für den einen stern da gehe ich auch über leichen da gehe ich auch über leichen und da suche ich auch nicht lange gerade wenn ich vermutlich im boost bin oder hatte gar nicht so viel ok aber wir haben den pro pro progress hier und dann nehmen wir die mal nach das sind die hier 1 2 3 4 5 6 wir können auch sieben nehmen glaube ich 1 2 3 dann kriegen wir keine keine drei mauerbrecher hinsichtlich gerade einen davon wo das gar nicht so toll ist hier mit dem mit den hand haben die richtige armee muss ich mir wahrscheinlich noch raus ja 1 2 3 4 5 6 7 8 2 1 und ihr schreibt mir bitte in die kommentare ob ihr die klatspiele schon fertig habt oder nicht also ich habe eine stunde 26 gebraucht schreibt drei unten rein war die schneller war die langsamer habt ihr keine lust oder habt ihr genauso viel lust wie ich auf einem wirklich wirklich schönen sonntag morgen ich würde sagen bis dahin werden sehen wir uns denke ich mal heute abend wahrscheinlich wieder ansonsten sicherlich fresh in der nächsten woche aber wir hatten das gestern schon geplant dass wir heute ein bisschen machen ein bisschen klarkrieg ein bisschen klön spiele und ich gucke jetzt erstmal dass ich den erster war wieder richtig hingepimpt bekommen vielen dank ciao ciao euer tuto fest und 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 Untertitelung des ZDF, 2020